DUMBIE 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 Ja genau Der hat das mal so Geil Der war nice Und bin tot Das Arsch Was klingelt es denn jetzt? Wie haben wir es denn? Postzeit schon Schon um 10 NAH Es fehlt einfach echt die Mod Man merkt das also Da musst du Du weißt schon Wir hatten letztens so viel Spaß Ohne die Mod Du musst da einfach mal treffen Ganz einfach Der macht nicht Autoreload der Arsch Nein nix Autoreload Fertig gehts Ja 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 da oben Komm raus Ich seh deine Waffe durchklippen Du Arsch Ich hab dir sonst wo du rauskommst Jetzt hab ich mich einmal nicht bewegt Tot Fatal Der ist wieder aufgepumpt wie Sau der Hund Der ist wieder aufgepumpt wie Sau der Hund Jetzt ist aber gut Jawohl Spawn Kid auch noch Ha 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 Aschleuch Volle Spawn Kid Sonst motzt nicht mehr rum Spawn Kill macht man nicht Das ist unanständig und selber macht Ist auch unanständig Ist auch unanständig Das ist auch unanständig Wir sind das selbe Staubs aber gestern hier rumgelaufen Das ist mal geil Das ist mal geil Alter Ja, 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 von wegen Diesmal habe ich den Ping-Vorteil, mein Freund. Ich war schon lange hinter dir. So wie du es immer hast bei mir. Jetzt habe ich eine fette Leitung. Ja, ich war hinter dir. So eine fette Leitung habe ich. Ja. Die Macht des Cheatens habe ich nicht, das ist mir schon klar. Ich tue nichts Cheaten. Alter, ich bin an dir vorbeigesprungen, mein Freund. Jetzt kann ich gut springen. Jetzt komme ich sogar da in den Bunker rein. Fast immer. Fast immer. Was ist denn da? Alter, fuck man. Nächste von der Ecke, Alter. Jetzt, Alter. Jetzt legt er los. Jetzt geht er durch die Wände durch. Ein Platz. Nein, der läuft da und so muss der Bunker. Wie Hitler im Bunkerkönig sagt. Obwohl. Oh, wenn jemand treffen würde. Ich hole dich jetzt runter. Super. Ich treffe auch nicht. Verdammt mich nur. Aber es ist schon mal. Ja, der ist auch nicht einfach. Ja, der ist ein Block mal ein ganzes Buch. Ich kann mich noch nicht auslesen. Das war das bei mir. Oh, das war das. Echt. Scheiße. Nein. No. Jawohl.